Schwitzen tut keinem weh, deshalb wird immer im Training ein bisschen angezogen, so Kühlbauer, und stellt in diesem Zusammenhang klar, dass er aber kein Zauberer sei. Rapid muss aber im Fokus haben, offensiv zu spielen, so der Burgenländer. Wichtig ist allerdings auch, die Defensive nicht zu vernachlässigen. Bezugnehmend auf das Spielsystem will sich der 47-Jährige allerdings noch nicht festlegen. Fest steht aber, dass er die kriselnden Hütteldorfer wieder schnell auf Kurs bringen möchte und auch die Fans zufrieden stimmen möchte.